Musik Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben. Dennoch gibt es noch stockenden Verkehr auf einer Strecke von 6 Kilometern. Ein Kölner 35 war laut Polizei gegen 11,35 Uhr mit seinem Tieflader auf der A57 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Köln-Nord hatte sich nach Zeugenaussagen ein Rückstau gebildet. Der 35-Jährige bemerkte nach ersten Ermittlungen den Stau zu spät, berichtet die Polizei. Der Fahrer zog mit seinem LKW auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit einem Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen die Betonwand in der Mitte der Fahrbahn gedrückt. Der Tieflader driftete nach rechts und stieß dort mit dem Lastwagen eines 47-Jährigen zusammen und verkeilte sich mit dessen Anhänger. Zwei Menschen, ein 35-Jähriger und ein 47-Jähriger, wurden leicht verletzt. Bis zum späten Nachmittag war die Strecke zwischen Köln-Wöhringen und Köln-Curweiler gesperrt. Wo genau sich der Verkehr derzeit besonders stark staut, sehen Sie in unserer interaktiven Staukarte. Einfach näher an die gefragte Strecke heranzoomen und nachgucken. Legende grünfreie Fahrt Orange hohes Verkehrsaufkommen Rotstockänderverkehr Dunkelrotstau TRK Köln-Wöhringen Köln-Wöhringen